Ne neue Obdain Feines Folge, ohne die Draclis von Opa Klaus? Was ist das für ein Live? Das sind die 13 stabilen Songs aus der Folge Nummer 386. Dracke mit Weaves, Assert Fersch mit Psycho, Action Brownsons für Jury, Schettiger und Mamelagen, Mr. Zwofors, B. Reigen 1000, Häuserizzi mit Me und Ju, Tebein, Locked Me, Postmelon, Goflex, Assert die Grabes, Schettilla für Jury, Snoop Dogs mit Gangster Buggy, Rind Beib, Mafia der Liebe, Dreadman, Lila Frühling, Furchtmax und Hüb und Ameles auf der Jagd nach dem Haag und Spaghetti mit Diesli Spaghettis Wort. Ehrenmänner hören jetzt sofort rein. Frohe Pfingsten, euer Opa Klaus.